herzlich willkommen zu einem neuen tournament tag ja wie immer es ist noch rush attack vier sterne alle farben erlaubt ich habe eigentlich damit gerechnet dass ich mehr wir sonst treffe aber bis jetzt nur zwei wenn ich das noch richtig weiß hier hast du wieder so eine ja auch wenn ich jetzt vielleicht verliere oder ja so eine louis combo mit drei highland in der mitte also es gibt mir massig zeit steine zu sammeln und denn irgendwann werde ich die wegfegen eigentlich klappt sowas generell nur ja wie soll ich sagen bei leuten die schwache helden haben beziehungsweise noch eher die keine truppen gelevelt haben so jetzt kommen wir mal was wir hier müssen mal gelb ein bisschen zusammen bekommen dann haben wir schon mal hier mit sabine haben wir jetzt auch gleich wieder hier jetzt hauen die nämlich auch schon rein kirill können wir jetzt auslösen lassen ja kirill können wir jetzt auslösen lassen wir machen das so okay nice vielleicht bekomme ich jetzt langsam auch mal die sabine darf ich jetzt noch nicht benutzen aber ich habe zwei drei vier auto text auch ich muss ab ihnen benutzen geht nicht anders das ist mir zu risky okay das ist in ordnung jetzt nicht alle auf sankt dann ist das ganz cool so die haben verteidigung ab leider haben wir nichts unter sturm fangen so richtig dennoch werden wir jetzt angreifen vielleicht hätte ich auch sonja zuerst dann hätte er seine verteidigung wenigstens nicht gehabt aber ist in ordnung so jetzt haben wir hier blau hat nicht gereicht für die kombo schade schade nicht auf sank bitte ja danke doppel hier okay jetzt können wir hier denke ich was reißen denn wir haben hier blau und das war das hätte ich hätte ich wappen oder limit broken heroes hier werfen die limit broken oder hätten wappen dann wäre das hier ein kinderspiel für mich gewesen denn dann hätten die auch mehr ausgehalten die hätten mehr leben gehabt mehr verteidigung so die kleinen dinge machen das aus die kleinen dinge machen das aus das wird hier schon wieder so ein langes match weil da drei heile drin sind und mich so ein bisschen abfacken wollen aber ich will mich noch nicht zu weit aus dem fenster lehnen so unser nächstes opfer ist noch niemand wir warten noch mal wir lassen regat jetzt erstmal auslösen okay so schade er hat nicht ausgelöst schade 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 ja gut denn werden wir kile töten ja die muss weg alter nein man ja gut dann noch mal eine extra runde für blau hat es nicht gereicht okay also wieder ein regat rein spielen so dann machen wir das so dann habe ich jetzt blau wieder zusammen die kann ich erstmal disbellen problem ist sonja löst jetzt wieder aus aber wir sollten safe sein ich muss nicht mal großen werde ich auch nicht dieses mal fällt kile dieses mal fällt sie nein sie will nicht okay eigentlich will ich sie töten weil das der zweite damit schüler ist die hieler sind mir egal aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt ich könnte auch dann halt mal an vielleicht können wir auch kirill killen so denn er macht noch mal ja er ist kein off healer regat hielt jetzt nur noch off also over time so lass ihn auslösen ist mir scheißegal keine blauen steine dafür guten bossy ready ich kann lila großen ich habe genug hier ich habe mehr als genug hier so jetzt aber mal die seite ist jetzt hin auf jeden fall so sehr schön sonja hat sich selber gekillt darauf wollten wir doch hinaus so lang ist erst match aber trotzdem gewonnen so mein nächstes match tatsächlich schon wieder drei heile in der mitte alter ich glaube das alles nicht mehr ich hoffe wieder natürlich dass ich das nicht verliere weil keine steine kommen aber in der regel alter kann ich das nicht nachvollziehen aber gut ist gut für mich definitiv gut für mich also wir können karschack sein spielen so dann können wir hier schon mal steine verschwinden lassen nice jetzt brauchen wir noch einmal rot die haben wir hier karschack löst aus okay juckt mich jetzt nicht die bohne wir werden hier mit gewalt durchgehen oder zimmern wie auch immer und der kollege hier hat sogar truppen drei stück sind auf 20 habe ich gesehen und zwei auf 19 aber das würde ich niemals ja ist auch egal ist egal ist egal wie gesagt das verschafft mir wieder sehr viel zeit ja und jetzt habe ich eigentlich schon prinzipiell gewonnen weil drei heiler stehen nebeneinander und ich kann da rein spielen und rein spielen und rein spielen und nichts passiert empfehle ich keinen nur mal so nebenher und wie gesagt sowieso wenn man als angreifer truppen hat dann funktioniert der shit sowieso nicht das steht schon mal fest also ganz selten ganz selten erlebe ich das also wenn ich gar nichts gar nichts ansteigen habe und gar nichts ansteigen kommt ne aber ich kann mir ja wie hier schon gesagt ne kann ich mir ja schon sehr viel zeit erkaufen so lange rede kurzer sinn weg mit dem wir wollen hier ins nächste match so ja wir haben kein rot hier immer noch nix da so jetzt haben wir was hier jo zieh du mir mana ab das wird dir auch nicht helfen so alles klar siegert hat noch überlebt jetzt nicht mehr würde ich sagen auch doch der dort ist nicht hoch genug schade dort ist nicht hoch genug ja schon wieder überlebt doch siegert mensch nervt doch jetzt nicht rum hier da haben wir jetzt rot das suchen wir doch aber der kleine fängt hier an mir auf den keks zu gehen so ein bisschen ist halt limit broken ne hält schon gut was aus 1050 verteidigung so gut dann machen wir das so man 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 death down so das muss jetzt aber genug sein jipp ist es auch jetzt kann ich einfach so in ciao rein spielen g g so spiele mit dem team weiter franz ist nämlich in der mitte ich habe jetzt nur sabina wieder reingepackt wegen den neuen helden ich weiß nicht mal wie die heißt asmia die hat nämlich counter attack das weiß ich ahotep ist gefährlich der macht mega schaden der hat mir gestern eine 1600er schelle gegeben und dieser skoro war tag ja ok gut also wie machen wir das am besten wir können erstmal grün anspielen so dann können wir gucken ob nochmal rot hochkommt ok nice franz hat leider schon ausgelöst was natürlich scheiße für kilian ist ja das ist schlecht aber wir werden franz hier killen das steht außer frage so jetzt ist ich denke die rechte seite ist gefährlicher aber wir werden in die linke seite spielen weil wir da lila haben und ich lila brauche also werden wir sie versuchen auszunocken ok kann ich jetzt erstmal was ghosten ohne dass großartig etwas passiert nein also spiele ich einmal lila ok so ich kann jetzt noch ein zu kann ich doch warten ne der skosat macht 190% schaden ne auf alle skosat tag damage to the achso ok to the target ok ok to the target dann spiele ich einfach mal gelb sein ah ne sie recovered auch noch 20 leben fuck bro ja aber es nützt ja nix vielleicht kommt es so hoch nein natürlich nicht nein alter nein boy das war so nicht gedacht nein alter ja jetzt sterbe ich vielleicht hier ne noch nicht dude this mother trucker oh boy ja und aro tab wird jetzt auch rauslösen oh ne ey ich kann ja ich muss ja was machen nein alter ey oh ne ich weiß nicht ob ich das hier noch retten kann ne der slayer hat mich gekillt der slayer hat mich gekillt alter ja schade das ist mein zweiter lose ist in ordnung das war zu viel so leider eins verloren ich hoffe es bleibt dabei denn wir wollen ja so weit wie möglich kommen ich bin jetzt bei dem team geblieben ja aber das board ist nicht so toll okay ne combo ja haa sehr schöne combo nice wirklich sehr nice wirklich sehr nice okay das machen wir so so hat die echt überlebt alter meine güte so jetzt aber dead sehr schön das war ein schnelles game finde ich gut zwei heiler außen das ist ja auch tatsächlich nicht so der burner jetzt heilen die sich höchstens selber und ihr team gesamtes team ist tot aber nehme ich dankend an dankend nehme ich das an so na hier ist eins noch und eins wollen wir noch gewinnen das letzte wollen wir gewinnen so mein letztes match das ich gewinnen möchte und das sieht wunderbar aus alter roter diamant ich bin direkt so geblieben so dann habe ich hier drei steine und jetzt können wir hier schon direkt die linke seite aufsäumen die linke seite so das ist ein mega schnelles game hier gar nicht lang gefackelt okay jetzt kann ich hier nichts machen natürlich auf Sabina genau das kriegst du zurück Mr. Ciao so so und tschüss nice ja vier gewonnen einen verloren akzeptable bilanz ich hoffe es läuft bei euch auch so gut bis jetzt habe ich nur zwei angegriffen ich hoffe dass mich noch mehr angreifen werden das ist ein bisschen traurig ja meine verteidigung hat zweimal gewonnen werde ich am ende der woche dann auch zeigen ansonsten danke fürs zuschauen vergesst nicht zu liken und subscriben und bis morgen Leute bis jetzt am we gleich we an we 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 Bis zum nächsten Mal.